Willkommen Trader zum dritten Handelstag der Woche. Zeit um 8.30 Uhr pünktlich in die Märkte zu schauen und über ein paar interessante Chartsituationen zu sprechen. So wie wir das an jedem Handelstag hier auch bei Tickmill machen. Heute stehen auf der Agenda Kandola japanisches Yen, US-Dollar Kandola und unsere europäische Währung Euro-US-Dollar vor der Powell Rade und dem FOMC Protokoll. Eine spannende Geschichte. Werden wir gleich in den Charts sehen, was hier passiert ist zuvor. Der Risikohinweis, den bitte ich wie immer in Gente zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit de Wiesen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Und das Ganze gerne auch noch hinten dran mit der Einladung für all diejenigen, die hier live zuschauen. Wer eine Frage hat, einfach bitte rein in die Charts und wir können sofort loslegen, den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle auch mit zu besprechen. Das vorab und damit geht es in die Nachrichten rein. Wir sehen es heute und hier viele Nachrichten gibt es nicht. 12 Uhr ist das Treppen der Euro-Gruppe. Dann gibt es um 16 Uhr die offenen Stellenangebote in den USA, also die JOLZ-Stellenangebote hier an dieser Stelle. Um 16.30 Uhr dann die Rohöl-Lagerbestände. Gestern gab es ja die API-Daten. Die gibt es ja immer einen Tag vorher von der Petroleumindustrie. Die sind deutlich schlechter ausgefallen. Letztes Mal hatten wir einen Rückgang. Diesmal hatten wir einen Zuwachs. Ich schaue mal ganz kurz nach. Gestern kamen die Zahlen und zwar der API-Rohöl-Lagerbestand war ein Zuwachs von 4,1 Millionen Barrel. Das ist natürlich eine Hausnummer nach einem Rückgang von 5,9 Millionen in der Vorwoche. Mal schauen, was uns die Rohöl-Lagerdaten heute an dieser Stelle hier auch zeigen werden. Weiter geht es hier heute um 17 Uhr spricht der FED-Vorsitzende Paul. Der hat ja mittlerweile auch angedeutet, die Bilanz wieder etwas aufzublähen. Was heißt das? Das heißt nichts anderes als, dass mit einer guten Wahrscheinlichkeit ein Anleihe-Kaufprogramm wieder aufgelegt wird. Wir müssen schauen, was bei rauskommt. Aber wir sehen, es ist halt notwendig, dass die FED mit stützt. Und das ist natürlich auch immer wirtschaftlich bedingt. Die Zahlen lügen nicht. FOMC-Mitglied George spricht um 17 Uhr, um 19 Uhr. Gut, da gibt es eine Auktion 10-Jähriger, T-Notes. Interessant dann um 20 Uhr das FOMC-Sitzungsprotokoll. Das gibt es ja immer zwei Wochen, bevor die FED dann tagt. Also das Ganze um 20 Uhr. Das wird schon recht interessant an dieser Stelle werden. Und damit gehen wir rüber in die Charts. Heute Morgen starten wir mit dem, ja wir sehen es hier noch, dem Eurostoxx 50, der Handelsidee von gestern. Ja, ist gut angelaufen, würde ich sagen. Zumindest ist sie losgelaufen mittlerweile. Heißt, wir hatten ja gestern hier drüber gesprochen, dass wir den Kanal hier oben als korrektive Flagge sehen. Und wenn wir uns das Ganze in der Stunde mal anschauen, dann hatten wir gestern auch besprochen, dieser Aufwärtstrend, der sich in dieser Flagge gebildet hat, der ist halt richtungsgebend für die korrektive Phase. Also, ja, hier sind wir gestern ordentlich drunter gerutscht. Jetzt läuft es so ein bisschen seitwärts. Mal schauen, ob sich der ganze Spaß nach unten fortsetzt. Die Tendenzen sind auf alle Fälle da. Aber ich habe ja auch gesagt, aufgrund der FOMC-Geschichte, die wir heute haben und der Paul-Rede bleibt der Markt hier volatil. Wir werden sehen, was den Risiken gibt es auf alle Fälle in der Eurozone. Das Thema Brexit allein ist schon genug, dass es möglicherweise doch einen ungeregelten Brexit gibt. Also, es bleibt ein Hickhack an dieser Seite vom Thema Brexit und das beruhigt natürlich die Märkte. Das ist nicht wirklich schön. Und das Nächste ist das Thema Handelsstreit mit China und den USA. Da ist momentan auch alles andere als die Sache im grünen Bereich. Auch das, ja, verdirbt so ein bisschen den Risikoappetit der Anleger. Da müssen wir schauen, was hier raus wird. Aber auf alle Fälle haben wir natürlich die Chance, in beide Richtungen zu traden. Dafür sind wir ja morgens hier und wollen quasi unsere Handelsideen besprechen. Und das machen wir auch jetzt. Starten wir hier mit dem Chart vom Can-Dollar-Yen. Das Ganze auf Tagesbasis. Hier zoome ich mal kurz noch zusammen, um besser zu zeigen, worum es mir geht. Mir geht es um zwei Fakten. Der erste Fakt ist dieser starke, starke Anstieg hier zur Oberseite hin von diesem Tief hier unten bei 1,30, 1,68. Das war das Low, was wir hier unten hatten. Und wir haben halt auch gesehen, das war schon ein ziemlich tiefes Tief. Hier kam dann erst mal ein ganzes Stückchen nach unten. Nichts. Das war der erste Punkt. Danach gab es eine schöne, starke Aufwärtsbewegung nach oben hin. Die lief auch am Anfang ein bisschen trendförmig. Danach gab es die Gegenbewegung. Und das ist das, was ich jetzt persönlich recht interessant finde. Hier fließen nämlich verschiedene Bilder auch ineinander, die dann durchaus auch andere Marktteilnehmer zum Umdenken bewegen können. Weil, wenn wir uns dieses Bild mal anschauen hier, ich skizziere das einfach mal ganz kurz vor. Ich hoffe, es ist gleich rot. Jawohl. Also schaut euch das mal an. Das Ganze, was wir hier an dieser Stelle haben, ist ja logisch und offensichtlich ein abwärtsgerichteter Markt. Das an dieser Stelle. Also hier sind wir wirklich sehr, sehr schön nach unten gelaufen in diesen Bereich rein. Und wir hatten hier unten im Kleinen nochmal eine starke Ausladung. Und danach ist diese starke Ausladung doch deutlich flacher geworden hier im Wochenchart verglichen mit dieser starken Bewegung. Dann gab es nochmal ein neues Tief. Das war der Bereich hier unten bei 1,30, 1,68. Und was danach passiert ist, das ist jetzt das Interessante. Erstmal ist der Markt hier leicht nach oben getrendet. Das sieht man ganz klar. Hier oben die Marke von 1,33, 500 ist definitiv erst einmal ein Widerstandslevel, wo der Markt nicht einfach zack drüber läuft und den Markt nach oben bespielt. Wir haben es versucht, sind danach gescheitert. Aber nichtsdestotrotz nach dem Rückgang hier unten rein ist der Markt wieder trendig nach oben gelaufen. Und das ist jetzt eine schöne Chance, die wir hier haben. Nämlich hier, und das ist das, wo ich gesagt habe, hier könnten zwei Dinge jetzt bald mal wieder ineinander reinfließen. Und zwar, dass sich eine größere Trendgröße auch ausbildet und hier in dieser Stelle reinlöpft. Das heißt, wir hatten einmal die erste initiale Bewegung hinein in dieses Level, was jetzt mittlerweile ein Widerstand ist. Danach hatten wir eine schöne Korrektur nach unten auch mit am Laufen. Und jetzt haben wir Folgendes. Das Ganze hier ist ein valider Aufwärtstrend. Wohlgemerkt, wir gucken uns jetzt hier doch einen etwas längeren Zeitraum schon an. Heißt also, hier haben wir einen validen Aufwärtstrend. Der ist in seiner Ausformung, in der letzten Bewegung, reingelaufen wieder in dieses Widerstandslevel. Logischerweise, wie wir es jetzt sehen, er ist nicht direkt rübergegangen. Korreliert, korrigiert hier etwas ein bisschen. Und momentan hat er aktuell gestern hier eine Umhüllungskerze gemacht. So, jetzt zoome ich mal etwas näher ran an dieser Stelle. Und das zeigt uns, dass dieses Level hier, die 1.32.9 an dieser Stelle, ein Level war, der hier unten für Widerstand gesorgt hat. Aber jetzt sind wir drübergegangen und hier hat es zwei Tage lang Support gegeben. Und das ist jetzt die interessante Geschichte. Schafft es der Markt tatsächlich, gleich hier oben drüber zu schwinden, diesen Trend fortzusetzen und über dieses Level zu laufen? Dann hat sich jetzt nicht nur der kleine Trend nach oben fortgesetzt, sondern es hat sich im größeren Bild auch noch ein Trend gebildet in diesem Sinne, den man dann hier auf der Woche sehen kann. Und das ist interessant, weil dann haben wir tatsächlich jetzt eine gute Chance, weiter hoch zu laufen. Hier erstmal in dieses Spike High rein, bei 1.33.823 war das hoch. Das ist hier das Hoch der Woche an dieser Stelle. Wenn wir auf den Tag schauen, ist es natürlich hier ein Tageshoch gewesen. Das wäre der erste Anläufer. Und der zweite dann, wenn wir uns nach oben orientieren, dieser große Trend hat dann natürlich auch das Potenzial, das nächste Level hier oben anzulaufen. Diesen Widerstand hier bei 1.34.323. Das ist das, was wir hier auf der Oberseite sehen. Abprall nach unten ist natürlich auch immer möglich, Level zu Anlauf. Hier natürlich die kleine Unterstützung bei 1.32.9, die ist ja weiterhin vorhanden, beziehungsweise hier die 1.32.100. Das ist das aktuelle Trend-Tief. Bis dahin kann der Markt ja korrigieren. Dann werden aber erstmal diese Szenarien, die ich gerade hier beschrieben habe, oder das Szenario, das wird dann erstmal hinfällig. Das muss man auf der Uhr haben. Wir brauchen natürlich die Bestätigung. Und das Ganze, die Bestätigung, dass dieser Trend auf Tagesbasis wieder gleich direkt nach oben läuft, die bekommen wir, wenn diese Umhüllungskerze, die wir hier unten haben, wieder bestätigt wird. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal kurz den Stundenchart anschauen, dann sehen wir es ja, hier ist der Markt nach unten getrenntet. Das war die Korrektur. Hier kam die Umhüllungskerze. Jetzt korrigiert diese Kerze. Wenn wir diesen Schub nach oben nehmen, dann läuft die Stunde wieder aufwärts und dann wieder in Richtung des Tages. Und das wäre dann die Bestätigung dieser Umhüllungskerze. Das zum Can-Dollar-Yen. Und damit geht es in den US-Dollar-Can-Dollar rein. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Bitte entschuldigt, hier ist wieder Thema Metatrader. Der hat mich jetzt verwirrt. Wir haben gerade US-Dollar-Can-Dollar besprochen. Also hier unten die Währung und hier oben, das passt zusammen. Can-Dollar-Yen. Hier unten steht US-Dollar-Can-Dollar. Also das Signal, das Symbol, was wir hier besprochen haben, hier oben steht, war gerade US-Dollar-Can-Dollar. Und wir schalten jetzt um auf Can-Dollar-Japan-Dollar-Yen. So, kurz einen Augenblick. Can-Dollar-Japan-Dollar-Yen. Da ist er. Hier im Chart aktuell abwärtsgerichteter Markt. Sehr schön zu sehen. Das große Bild ist abwärtsgerichtet. Und im großen Bild, wenn ich vom großen Bild meine, ist es auch das, was wir in der Woche sehen. Hier schön der abwärtsgerichtete Markt. Und was wir hier sehr, sehr schön sehen, sind halt auch die Bewegungen und Korrekturen hier. Das, die Korrektur trendförmig, die Bewegung wieder trendförmig, dann ein bisschen Korrektur trendförmig, dann wieder Bewegung trendförmig. Also man sieht, worauf ich hier hinaus will. Es ist ein schön sauberer Trendverlauf, den wir hier in der Woche sehen. Und wenn wir uns das Ganze mal dann auf Tagesbasis anschauen, dann sehen wir natürlich die untergeordneten Trends. Und hier haben wir mittlerweile wieder einen Trend, der nach unten läuft. Also in Richtung der übergeordneten Chart-Situation an dieser Stelle. Und er hat gestern hier eine erste Umkehr angedeutet. Das heißt, die Korrektur dieser letzten Bewegung ist noch in vollem Gange. Da gibt es nichts, worüber zu reden. Das ist so. Potenzial nach oben hin ist auch noch da. Das heißt, wenn wir die Korrekturausweitung sehen, mit Kursen über dem Tageshoch von gestern, das war die Marke von 80, 83, 5, dann hat der Markt natürlich Platz nach oben. Hier diese starken Volatilitäten nach unten, die können sich natürlich auch mal nach oben aufbauen. Heißt also, diese Korrektur ist noch nicht zu Ende. Platz nach oben ist da. Nächster Anlaufpunkt, zum einen hier dieses Hoch von dieser starken Abwärtskerze bei 81,66. Beziehungsweise dann das aktuelle Level oben am Korrekturhoch, dieses Abwärtstrend bei 81,825. Das ist die Oberseite. Die Kerze von gestern hat uns aber auch schon mal gezeigt, der Weg nach oben ist nicht das Einzige, was der Markt kann. Er kann auch runter. Und das wäre dann natürlich wieder die Bewegung, die wir zur Unterseite haben. Und das wäre interessant. Wird diese Kerze bestätigt durch Kurse unten drunter unter dem Tagestief, dann könnte es relativ flott wieder zur Unterseite gehen. Erster kurzfristiger Anlaufpunkt, das ist für die Intraday Trader vielleicht interessant, ist mal das Tagestief, was wir hier von vorgestern haben. Dann natürlich das aktuelle Tief des laufenden Abwärtstrends auf Tagesbasis bei 79,855. Und wenn das dann auch noch rausgenommen ist, das heißt, dieser Abwärtstrend sich nach unten fortsetzt, dann haben wir die Karten alle für die Short-Richtung weiter offen. Nächster Anlaufpunkt wären dann hier dieses Trendtief, dieses Aufwärtstrends bei 79,200. Und dann natürlich selbstredend das Tief, was wir hier unten hatten, das Jahrestief, um die Marke von 78,5. Das steht hier unten tatsächlich im Potenzial. Auch hier blicken wir noch mal kurz in die Stunde rein. Da seht ihr, was ich meine. Also hier war mal diese Bodenbildung, die dann den Schub nach oben gebracht hat. Hier ist der Markt nach oben getrendet. Hier das letzte Korrektortief, das wurde jetzt unterschritten, aber es wurde halt noch kein neuer Abwärtstrend in der Stunde gebildet. Der Markt schiebt jetzt so ein bisschen nach oben. Das kann ein bisschen hin und her laufen. Wir wissen es nicht. Solange wie wir nicht hier oben drüber laufen, wissen wir, die Korrektur geht noch nicht weiter. Und solange wie wir nicht hier unten drunter laufen, wissen wir auch, die Abwärtsbewegung ist noch nicht bestätigt. That's it. Aber das ist doch eine wunderbare Situation, um die Handelssignale vorzubereiten, die jeder Trader hier an den Tag legen möchte und damit zum Traden kann. Also die Chart-Situation ist wirklich auch hier an dieser Stelle eine sehr, sehr interessante. Und damit gehen wir in das dritte Währungspaar für heute, und zwar das Währungspaar Euro-US-Dollar. Das brauchen wir jetzt erst mal hier im Target-Chart. Das große Bild hat sich seit unserer letzten Besprechung definitiv nicht geändert. Wir hatten eine Menge, Menge Spaß. Also ich hatte eine Menge Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber hier den Schub nach unten, da hatten wir ja drüber gesprochen, als der ganze Schub hier drüben getriggert wurde und der Markt schön nach unten geschoben ist. Das hat richtig Spaß gemacht. Jetzt haben wir ganz normal eine Korrektur im laufenden Abwärtstrend. Wenn wir uns das Bild mal nach dem Größeren anschauen, hier, wir sind mittlerweile unten drunter gelaufen, unter wichtige Marker hier. Wir sind ja lange gekämpft um die Marke 1,11, 1,0. Da hieß es dann immer, ja, der Markt steigt wieder an bis auf 1,18 hoch und so weiter und so fort. Das waren ja alles Möglichkeiten, die da waren, aber der Markt hat das halt nie gespielt. Von der Seite her sehen wir, wie wichtig das ist, dass wir uns nach dem Markt richten, was er denn spielt. Und wir sind mittlerweile halt im Tief bei 1,08, knapp 8 angekommen. Und das ist das, was jetzt auf der Agenda steht und das Potenzial nach unten ist weiterhin offen, wenn es so weiter geht. Und das ist jetzt interessant auf Tagesbasis. Hier, wenn wir uns mal diese Korrektur anschauen, ich zoome kurz wieder etwas näher ran, damit wir es besser sehen können. Also hier der Trend nach unten gelaufen. Was wir jetzt hier haben, ist die Korrektur. Und sehr interessant ist wirklich hier dieses Level, etwas unter der Marke von 1,10. Das war hier drüben in diesem Bereich eine Marke, wo der Markt nicht einfach so mal mir nichts, dir nichts drunter wollte. Und jetzt, wo er drunter ist, will er nicht so mir nichts, dir nichts drüber. Das heißt, das ist schon ein Bereich, der ist sehr, sehr interessant für den Markt, für die Unterseite, genauso aber auch für die Oberseite. Das heißt, sollten wir tatsächlich hier oben drüber springen, ist das schon mal sehr markant, würde dann natürlich definitiv für eine Trendkorrekturausweitung zur Oberseite dienen. Marke haben wir hier oben natürlich auch noch ein paar Liegen, wo die Reise hingehen könnte, und zwar hier bei 1,10,2,39, beziehungsweise dann hier drüben die Marke hier. Wir sehen es, das war in den kleineren Zeiteinheiten in der Stunde auch ein Bereich, wo wir nicht richtig durchgekommen sind, die 10,6, also die 1,10,6. Und natürlich muss dann auch noch das Trend hochgezählt werden. Wir werden sehen, was der Markt heute hier auch macht. Entladungen kann es immer geben. Aber wenn wir einen normalen technischen Verlauf haben, das heißt, dass die Trendtechnik auch gut funktioniert, dann werden wir, wenn wir hier nicht einfach nach oben spiken und der Markt volatil hin und her springt, möglicherweise die Bestätigung sehen. Wir haben ja die Umkehrformation hier oben gehabt. Und wenn es bestätigt wird, dann haben wir halt die Chance, nach unten zu laufen. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal noch im Stundenchart wieder an, wo wir sehr, sehr schön zwei Dinge sehen. Zum einen hier die aufwärts trendende Korrektur dieser Abwärtsbewegung. Das zweite ist, ich habe das im Blog auch geschrieben, wir haben mittlerweile eine vollendete Konsolidierungsformation, also eine vollendete Umkehrformation hier oben. Das heißt, wir haben hier oben den Deckel drauf gehabt. Hier unten hatten wir die Begrenzung, die Unterstützung. Und da ist der Markt hier trendig drunter gerutscht. Das ist jetzt Fakt. Und wenn sich dieser Trend nach unten fortsetzt, dann zeigt uns die Stunde, die wieder in den Tag läuft, dass der Markt eher die Richtung nach unten präferiert, weil wir fallende Tiefs und fallende Hochs haben. Das ist es. Für die Handelsvorbereitung brauchen wir nicht mehr. Und jetzt kann entsprechend jeder seine eigenen Signale hier an dieser Stelle traden. Das heißt, im kleinen, kurzen Bereich zum Beispiel die Stunde als Richtungsgeber nutzen und dann aus den fünf Minuten reintreten oder welche Möglichkeiten auch immer zum Traden genutzt werden sollen. Spannung ist auf alle Fälle da. Momentum könnte auch reinkommen. Sehr interessant, wie ich finde. So, jetzt schaue ich noch mal kurz in die Chats hinein. Auf GoTo haben wir keine Fragen. Ich gucke mal noch eben hier rein, was wir hatten. Ja, Elena, du hattest auch Spaß. Was ich weiß, im Euro-US-Dollar. Sehr schön. Guten Morgen, die ganzen lieben Grüße zurück. Ich freue mich sehr. Fragen habe ich jetzt hier an dieser Stelle keine. Zumindest sehe ich gerade keine. Das heißt, an dieser Stelle, ja, bleibt mir nichts anderes überall zu sagen. Ganz lieben Dank für die Zeit heute Morgen. Wieder allen gute Trades, gute Ideen hier in der Umsetzung, dass der Markt auch mitspielt. Und ich sage mal Tschüss, bis morgen, 8.30 Uhr, wie immer, live hier auf Tickmill in der Sendung. Den Blog gibt es vorher. Adios. Macht's gut. до geteys. Wir20. 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 Wir20.